Hallo Leute und Willkommen bei Let's Play Happy Meals! Mal gucken, welches Level das so machen. Machen wir eine blinde Ausgabe. Okay, hier ist dieser Typ da. Warum? Greifst du meinen Kopf an, du doofes Ding! Oh! Okay, machen wir es nochmal. Nein! Nein! Nochmal! Nein! Böder Ball! Nein! Ja! Oh nein! Hilfe! Nein! Nein! Das war unfair. Wo kommen diese kleinen Reine? Also, machen wir ein anderes Level. Your Nightmare. Leid, leid. Komm mit, Timmy! Wir fahren in den Wald! Komm mal, der will nur schöne Wachen! Heu! Heu! Everyone of you're deaf and we will never miss the best of us. Machen und Oile! Scanderman! Aaaaaaah! NOOOO! Timmy, wie kannst du dort und dort fahren? Nein! Timmy, komm, was du angerichtet hast! Okay, Timmy, komm, wir fahren nochmal in den Wald! Nein, Timmy! Timmy, was soll das? Du hast meinen Helm abgeworfen! Daddy, warte! Nein! Oh, Timmy, da sitzt du ja wieder! Nein, Timmy! Geld! Ah, es war jetzt, Timmy! Honey, was ist falsch? Ich weiß nicht was! Ich weiß es nicht! Timmy, ich hab von dir geträumt! Und du bist gestorben! Wenn du bist, dann wird dich erneet. Nichts muss ich nicht mehrissern, wenn du mindst ich muss, du bist, du bist. deliberation, wenn du bist! Wenn du nie fußt, dann sagst du ja wieder! Dann sagst du ja Inte so gut! wiii 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 versuchen wir mal da drauf zu kommen nein böser pokémon ein wüge der wundern auf die doch ich nicht mehr zu tun machen macht mir dann oder darauf genutzt ein würde der Kugelmann ein Kugel ist der Kugel okay noch mal ein anderes Level die Kugel kommt in die Gefahren wieder spazieren der Kugel aber nicht guck mal da ist dein Onkel du hast Onkel Herbert getötet und hatte Ingrid warum hast du das gemacht und gehörte die die okay hätten wir das den Biber das denn du musst sterben Dach und dennoch das denn wenn ich umbringen und man wird mich aufhalten im ausblick Bewegt dich! Du bist so unfortlich! Upsi mein! Okay, willkommen zurück bei Happyhood! Eben gerade hat es ein bisschen hängen geblieben. Jetzt gehen wir weiter. Gelbse Trap! Oh nein! Oh nein! Los du dicke Frau, du musst dich drucken! Hab keine Angst! Ich sehe nur ein paar Meter. Hartes Level ever! Toll! 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 Wohohohohh! 们 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Stop, stop. Oh, das ist der Falle der Falle. Ja, das ist der Falle der Falle. OH MY GOD! NOOOOOO! Play it, play it now. Ok, spiele es. Wie du möchtest. Du das mal so. Plendermanns App. Plendermann hat eine Katze. Ok, machen wir ein anderes. Supermom! Supermom! Mein Kopf ist abgefallen. Komm, ohne dasselbe. Supermom, du musst wohnen. Supermom! Supermom! Supermom. Supermom? Supermom tier. Renner Spiegel! Supermom! Supermom! Ich hab das mal wieder. Mama? Mama? Okay, das geht. We have to expect one. Okay, das geht. 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 Okay, ich glaube, da ist weiter zwei. Es bleibt irgendwo etwas getrun. Im nächsten Part wird's hoffentlich nicht so lang. Tschüss.